Guten Tag, herzliche Grüße aus Lettland und Litauen. Hallo an allen. Wir filmen hier ein Projekt in Litauen und wollen einfach schauen, wie die Reaktion der Menschen auf die Russen ist. Ja, Lettland sowie Litauen sind Länder im Norden Europas. Die beiden Länder 1939 bis 1991 wurden zur Sowjetunion angeschlossen. Und zwischen den Letten, Litauer und dem grossen russischen Nachbarvolk entwickelte sich eine tiefe Klüft. Doch internationale Lebensqualität lässt sich keine Grenzen setzen. Denn vorbei ist die Zeit, dass wir als lettisches Volk einander die politischen Kriegsgeschehnisse und Misshandlungen einander vorhalten. Ich habe mir gesagt, irgendjemand muss damit anfangen. Und ich machte den ersten Schritt, indem ich mich auf die Strasse stellte, mit den Worten auf der Tafel, auf dem geschrieben ist, Wir lädten ehren die Russen. Lasst uns umarmen. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis, einander in den Armen zu halten, denn die Sprache der Umarmung versteht jeder, auch der nicht versteht, was der andere sagt. So fordere ich jeden auf, den Blick auf sein Herzen zu richten, weil das verbindet. Das ist eine neue Lebensqualität ohne politische Grenzen. Ata! Tschüss! Musik Musik ! Musik Music Ja, das ist richtig. Danke. 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 Ich spreche mit Ihnen. Danke. 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 Ja, da. I will see my wife will be. Danke. A-a-a-a-a-a! Danke. 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 Oh! Komm! Komm! Komm, komm! Super!